YouTube hat es wieder einmal fertiggebracht, etwas völlig Sinnloses zu machen und damit willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar, einigen von euch ist es auch schon aufgefallen, wie ich über Twitter mitbekommen habe, gab es immer auf der Startseite, konnte man einstellen über diesen Button Module hinzufügen, entfernen, oder einen Auszug aus den Insight-Statistiken des eigenen Users, also aus deinem Kanal. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Ich dachte erst, das wäre eben kurzzeitig weg gewesen und bin dann eben auf Module hinzufügen, entfernen gegangen. Aber wir sehen hier schon, hier gibt es nichts mehr. Es stand hier immer Insight-Statistiken-Anzeigen. Da gab es dann zwei Grafiken, die konnte man beide anzeigen. Das war wirklich sehr praktisch, da man eben gleich auf der Startseite den Blick hatte, aha, gestern wurde mein Video so und so oft aufgerufen, und in der Woche zuvor und so und so viel und was war da los. Jetzt haben wir das Ganze hier mit einem Klick. Einen zweiten Klick auf Konto, der dritte Klick auf Insight. Da wird das hier erstmal noch geladen, auf der Startseite war es immer gleich da und dann sehen wir das erst hier. Finde ich persönlich wirklich, was heißt ärgerlich, es ist einfach unnötig, das wegzumachen, denn das war wirklich für jeden sehr hilfreich. Man hat gleich sich eingeloggt und gesehen, okay, da vielleicht mache ich noch ein Video über das Thema, das kam gestern gut an. Würde mich wirklich interessieren, was ihr darüber denkt. Was sagt ihr dazu, dass YouTube dieses Feature leider Gottes weggenommen hat? Würde mich echt interessieren, eure Meinung und damit ciao. Zum Kommentieren und Bewerten drücken Sie die Buttons und schreiben Sie Ihre Meinung in das Textfeld.